Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Sprich mit Judy. Wir haben letztes Mal ja Evelyn gerettet. Und sie wahrscheinlich jetzt zu Judys Apartment gebracht. Und ähm... Es sah ja gar nicht gut aus. Ich hoffe... Es geht ihr irgendwann mal wieder besser. Vielleicht ja jetzt schon. Und wir können irgendwie mit ihr reden. Hm? Sie ist in some kind of trance. Like she's folded into herself. No reaction to her surroundings whatsoever. Hm. Vielen Dank, Judy. Ich muss mit ihr reden. Nee. Passt überhaupt nicht hier rein. Du bist mit ihr. Warum? Wenn du mir gesagt hast, zu spüren ihre Behavioural, Chip, ich war einfach fertig mit deinem Schein. Judy, ich habe keine... Ich weiß. Es ist okay. So, ich verstehe warum... Du find out in a sec. Ich will show you the virtue I found. Guessing you saw them already. Ja. Ja. Ich musste zu spüren, um das ganze Ding zu verstehen. Aber ich will nicht sagen, was und deine Perspektive teinten. Du solltest mit frischen Augen gehen. Okay. Wie viele BDs hast du geschafft, zu riepen? Drei. Nur einer von ihnen ist intact. Entschuldigbar. Der Rest? Na, sie sind in der gleichen Form wie Evelyn. Okay. Schau mir. Gib mir einen Moment, während ich die Parameter setze. Okay, ich komme gleich. Johnny. Ah, wirklich. Danke für die Einschätzung. Natürlich wird nichts passieren. Well, now, look at you. Ernsthaft, Johnny. Kann man nicht mehr so kaltherzig sein. Schönes Apartment hat Judy. Aquarium mit Fischen. Braindance ist überall am rumliegen. Schöne Küche. Habe ich ja nicht immer eine Küche. Und ein Roboter. Thornton, Betriebsanleitung. Was ist für eine Kommando? Zentrale. Okay, ich bin gespannt. Was ist die Karte? Qualität ist lousy. Aber ich habe was ich. Was ist wirklich, was ich wäre. Was ich für? Was ich für? Was ich für? Der Technik? Ich sehe, die Sicherheit. Wir brauchen eine Laufung der ganzen Runde. Wir werden alles was wir brauchen. Das ist die Virtue. Was ist das, was ich? Nur wenn du es tun kannst und es ist perfekt, Bori. Es ist wichtig, dass er nichts zu tun hat. Er ist einfach, dass du dein eigenartig fühlst. Und wenn er beginnt über das Biochip, selbst? Kann ich... Biochip? Du hörst das. Das ist nicht für dich interessiert. Du spielst die Virtue, komm zurück hier. Wir geben dir die Eddys. Das ist dein einziger Job. Der Rest ist nichts von deinem Interesse. Entstanden? Okay, wie zu erwarten ist die Datei beschädigt. Okay, das ist Avalyn. Unter normalen Umständen, diese Art von Encryption ist leicht zu kratzen. Aber nicht dieses Mal. Wer auch sie ist, hat sie sehr starke Netrunning-Skills. Das, oder jemand arbeitet es für sie. Okay, weiblich. Keine weiteren Daten vorhanden. Persönliche Daten, die über ID-Scramble verschlüsselt wurden. Gute Netrunning-Fähigkeiten erforderlich. Gut. ...wie einzelne technische Daten, die ich sehe. Wir brauchen die ganze Zeit. Wir brauchen den ganzen Raum. Wir werden alle Quellen garieren. Was müssen wir? Die может nicht mehr. Die schafft die tischung ausgerichtet werden. Nur nur noch. Da müssen wir, um, um es zu tun. Und zum Beispiel. Kann ich nicht... Wissen. Vielleicht. Aber alle sind aus der Pacifica. Flugblätter. Werbung für verschiedene Einrichtungen. Pacifica Night City. Eine Kirche, die sich vermutlich in Pacifica befindet. Was übersehe ich hier noch? Hologramm. Nicht genug, um zu wissen, was sie eigentlich betrachten. Habe ich gehört, wer sie nutzen könnte. Wer? Es könnte die Voodoo-Boys sein, aber das ist nur ein Hunch. Ich kann nicht 100% sicher sein. Die Spine-Chillen-Netrunner-Crew? Hard zu finden, weil sie nicht wollen. Ich weiß nicht, wo zu beginnen. Was jetzt? Sieht, wie ich auf einen Feld-Trip zu Pacifica gehe. Hm. Eine Kirche, die allgemein mit Voodoo-Zaubern assoziiert werden. Eine Kirche unter der Kontrolle der Voodoo-Boys. Mal kurz die Ebene wechseln. Nix, was verdächtig wäre. Was bin ich jetzt? Auf hier, Nix. Ne. Nix. All right, ich denke, wir haben alles. Sieht, was? What do you think? Now we know what happened to Clouds. They're the ones who tried to flatline her. Launched a nuke at her ship. So it was punishment? For getting played by her? She knew more than they thought she knew. Couldn't let that go. So that's who she was running from. Was ist denn das für ein Geräusch hier hinten? Ganz okay, ich entschuldige. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me. I'd known what she gotten herself into. I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. She'll pretty damn amazing. She managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On you two. There's one more recording. Wanna see it? Yeah, klaro. I'm not sure why not. Nothing can surprise me at this point. It'll be great. Oui. Will you come? No, you take any reason. Was it too intelligent for us? It is good. I don't know. I'll be on you. Need a hunt. And put it. I'll be on you. If I get people who are going. I'll be on you. You're talking to me. Oh yeah. I'll be on you. Das war Französisch, Leute. 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 Fuck, V. Okay. Das war Französisch, Leute. Also. Du kannst du dich für den Rest deines Lebens der Kunst widmen. Können wir die Details? Du kannst du dir das persönlich besprechen? Nicole wants... Hi, Judy. Nee, die haben wir schon gesehen. Das war... Du kannst du dir... Lass mich in Ruhe. Schauspieler. Hey, Yves. Hey, Yves. Arbeitsbedingungen. Kann ich mir nicht vorstellen. Entschädigung. Ich würde gerne wissen, ob sich was wegen einer unrechtsmässigen Jugendhaft tun lässt, die ich mit 16 Jahren absitzen musste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mir irgendeine Art Entschädigung schuldig ist. Für den Fall suche ich nach einem Anwalt, der mich 10% der Entschädigungssumme anbietet. Hä? Hm. Hallo, könnten Sie mir bitte weitere Informationen geben, warum sind Sie sich sicher, dass die Strafe unrechtmässig war? Ich wurde für den Diebstahl eines Feuerwehrautos und die illegale Nutzung eines Feuerwehrgrundstücks verurteilt. Nur habe ich das Auto gar nicht geklaut. Ich habe es auf einem Schrottplatz gefunden und wieder auf Vordermann gebracht. Für das Ganze habe ich zwar ein halbes Jahr gebraucht, aber am Ende war das Ding besser als Fabrikneue. Die haben mich bei meiner ersten Fahrt eingelocht. Niemand hat mir geglaubt, dass ich den Wagen nicht gestohlen habe. Eine Entschädigung vom Stadtrat zu erkämpfen ist extrem schwierig und meiner Ansicht nach nicht die Mühe wert. Sie glauben mir also auch nicht? Danke für gar nichts. Oh Mann, was hier alles passiert in Night City immer. Boah. Wait. You got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? Why? Worried that I'll give Evelyn up to him? No. I didn't trust you at first, but... Well, if you wanted to get back at Evelyn, you would have done it already. So why the worried look? I just... I want it all to work out for you. You got a plan? Hmm, ehrlich gesagt nicht wirklich. I'll ask around. Make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But someone's got a no way in. Well, good luck. Hope you won't need it. Ja, danke sehr. Thanks, Judy. No, V. Thank you. You're a... You're a good person. Evelyn could never see what was under people's skin. If she could have gotten to know you a bit better, then... Who knows? Things might have turned out differently. Ja, vielleicht... 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 Wäre das so gewesen. Tech-Dingens Notizen. Ich habe vergessen, die Anzeigen des Druckmessers umzuändern. Sollte automatisches Zurücksetzen bei Start einstellen. Tracking-Modul hat sich unter Wasser wieder aufgehängt. Wasserdichte Hülle blockiert. Wahrscheinlich Signal. Lösung Öffnung für Antenne. Verbindung zum Barometer geht im bathymetrischen Modus verloren. Lösung automatisches Signal hinzufügen, das zur letzten bekannten Positionen vor dem Verbindungsfeld zurückführt. Echt cool. Ach, Johnny. Ernsthaft. Echt cool. Bote. Irgendwas noch zu sagen? Nee, oder? Okay, da drin gäbe es theoretisch noch Sachen, die ich mir schon wahrscheinlich anschauen hätte können. Schade. Naja. Dann war es das wohl. Double Life abgeschlossen. Wir wissen jetzt zumindest schon mal, mit wem wir hier sprechen müssen und wo wir hin müssen. Map-10-Panel, neue Mission. Ruf Mr. Hands an. Wir sind ziemlich gut vorangekommen in dieser und in den letzten Folgen würde ich sagen. Wir haben Lizzie gefunden. Allerdings natürlich ja nicht in diesem Zustand, in dem wir es gerne hätten. Aber ja, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht in der Story. Ich würde sagen, das war es wieder von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Musik 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.